Die zentralste und langjährigste Forderung ist endlich die Verwirklichung der Lohngleichheit im Erwerbsleben. Ein Lohnunterschied von ein paar hundert Franken beim Karrierebeginn kann sich bis zur Pensionierung auf rund eine halbe Million Franken anwachsen. Fino ad ora, niente stato fatto. Nous exigeons maintenant du Parlement qu'il agisse et qu'il légifère. Deshalb, Lohngleichheit, Punkt, Schluss. Lohngleichheit geht alle an, Männer und Frauen. Wir bleiben dran und wir treffen uns am 22. September auf dem Bundesplatz zur grossen Lohngleichheitsdemo.